Hi, ich bin der Ben und ich zeig euch heute mal, wie riskant das ist, ohne Fahrraddämm unterwegs zu sein. Kommt ihr mit? Na dann los! In meiner Stadt gibt es tausende Autos, Straßen und große Kreuzungen und ich muss da jeden Tag durch, wenn ich Freunde besuche oder zur Schule fahre. Beim Fahrradfahren denke ich oft über alles Mögliche nach und gerade dann kann es plötzlich ziemlich gefährlich werden. Aber Stopp! Damit ich mir jetzt nicht wirklich wehtue, nehmen wir vor den Unfall nicht meinen Kopf, sondern eine Melone. Und mit einer Spezialkamera, die alles extrem langsam aufnehmen kann, kann ich euch den Unterschied am besten zeigen. Erstmal lassen wir die Melone ohne Helm mit voller Wucht gegen die Autotür klatschen. Und dann das Ganze noch einmal mithelmen. Heftig, was? Das hättet ihr nicht gedacht, oder? Ich auch nicht. So, ich muss jetzt wieder weiter zu Moritz. Bis bald dann. Euer Ben. So, ich muss jetzt über hält, cinco Setz uns aufnehmen. So, ich muss jetzt wieder nachher dem hicこんにちは. So, ich muss jetzt bitte aufnehmen. So, ich muss jetzt wieder weitere creatrive. So, ich muss jetzt wieder rein,ORD also εκstecken, oder? So, ich muss jetzt wieder hin wie טissä Ekkle,